hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute für auf die hat nach dem ticket und dort habe ich das spiel match magic ich starte es mal voll mit rein und warte mal kurz bis das spiel da ist so ihr seht ich habe meinen alten account wieder gefunden jetzt weiß ich so wie es geht ich habe es aufgeschrieben und dann legen wir mal sofort weiter hier so kein sound dabei vielleicht die box aus ach die box ist aus so 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 da passt noch was rein obwohl das war vielleicht falsch aber egal was doch hier dieser pilz rein kann man auch machen gut versteht man da noch schönes weg damit okay vollständig alles weg gemacht jetzt nur noch aber es sind keine drei sterne ich denke nicht ach so das gibt es gleich mit drei sterne 1 3 mal gewinnen ok das ist mit sterne und das ist mit zeit und dann haben wir hier denn dann 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 す dann dann Nicht so wie letztes Mal, dass ich immer nur drei Sterne haben möchte. Einer reicht. Der kommt da hin, der da hin, der da hin. Oh, da passt einer hin. Hmm. Oh, shit. Oh, hier ist ein Drache. Oder eine Fee. Eine Fee ist das. Ach. So und so. Und was kann ich noch zusammensetzen? Na, für sowas bin ich ein bisschen zu langsam. Oh, kostenlos. Kostenlos. Wenn da kostenlos steht, dann bin ich schnell. Und jetzt. Okay. Wollen die gar nicht arbeiten? Ja, bitteschön, Arbeit. Oh, da unten ist eine frei. Zack. Und dann ist der da frei. Hm. Okay. Such mal den nächsten raus. Okay. So. Das ist mit dir. Ich brauche eine Blumen, bei der ich was verbinden kann, ah hier, dann geht der hier jetzt und jetzt geht auch, nicht der, der und dann geht auch der hier. Zehn Minuten sind vorbei. Ach ja, krass los. Schön. Noch eine Runde. Ja, 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 das kennen wir doch schon. Alles das gleiche. Ach, wer hätte ein Großer? Ja, scheiße. Geht nicht. Ach, da ist eine andere Blume. Hm, das kann ja jetzt bisschen dauern. Ne, die Blume passt aber da rein. Oh, nice. Hm, das war jetzt ja auch irgendwie. So, ok, dann den da. Dafür haben wir keine Verwendung eigentlich. Da ist so ein. Ok, jetzt könnte man das doch so machen. Da die Tulpen zusammenstellen. Und fast noch zusammenstellen. Ich glaube, das war's dann, ne? so. Ja, und jetzt bin ich, ich denke mal gleich fertig. Die Kiste noch, krass hier. Ach, ich wäre auch schon wieder da. Du, 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 du. Hm. Ja, genau. Das letzte Mal irgendwo ab. Ok. Ach, jetzt geht das. Ah. Jetzt verstehe ich hier. Zack. Bitteschön. Das war's. Bitteschön. Kostenlos. 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 Ne, auch. Gitter. Und. Sternenfall. Hm. Ich habe ja keinen Kompass mehr. Ich brauche drei. Äh, geht nicht. Ah, warte mal. Füllen. Dann gehen wir in unseren Garten rein. Schau mal, wie weit wir da sind. Oh Gott. Oh. Oh. Oh, war ja, ist das voll geworden. Der Stern ist dahin gerutscht. Das Stern ist dahin gerutscht. Und da kommt noch der hin. Nicht genügend Platz. Ja, das ist das. Oh. 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 Okay. Dann setzen wir den einfach da oben mal rein. Alle schlafen ist kein Problem. Ich muss hier so ein bisschen aufräumen. Kann ich die Sterne auch zusammen knüpfen? Und das muss ich alles einfach mal klein hacken. So... Oh, schön. Da ist ein blauer. Die Truhe, da müsste ich wahrscheinlich warten. Da kommt der hin. Das ist ein bisschen Talila, ne? Hm. Ja, dann will ich erstmal das benutzen. Und den benutzen. Dann den da hin und den da hin. Genau, ernte die mal ab. In dem Zeitraum kann ich mir hier schon mal einen nächsten Plan B ausmalen. Nehmen wir das mal mit. Ah. Scheiße. Hätte ich lieber kombiniert. Okay. Ja gut. Ah, hier geht's weiter. Ich dachte, das wäre schon vorbei. Nächste. Okay. Was? 915 Sterne? Ich habe vier Stück. Ja. Der Nächste schläft. Ach Mensch. Ich habe alle keine Power. Ach, jetzt ist mein Bein auch eingeschlafen. So, so. Okay. Haben wir das alles? Was das ist, weiß ich nicht. Da ist eine Blume drin. Hier so eine. Kann man ja da hinpacken. Das ist ein Zweier. Also nichts mehr blau. Benutzen wir die trotzdem. Dann sind die auch weg. Ah, da muss zwei fehlen. Oh, was ist da? Kostet Geld. Nee. Brauchen wir nicht. Hier. Ach, kostet auch Geld. Brauchen wir auch nicht. Also die Inseln, wahrscheinlich die hier dann auch, kosten Geld. Und was sagt der hier? Hm, beim nächsten Mal vielleicht. Ich habe keine mehr. Hier habe ich doch was. Okay. Auch nicht. Und hier? Ah, was kann ich denn bauen? Eier kaufen. Baum. Kleine Baumhütte habe ich die nicht. Baumhütte. Stufe 2 habe ich schon. Und das ist Baumhütte Stufe 1. Hm, brauche ich nicht. Oder? Was ist das hier? Münzlager. Wo ist es jetzt hin? Oh. Ja. Da sind sie. Gleich drei Stück, damit ich eine große brauche. Ach, da ist doch eine. Ja, vier. Ist doch gut. Münzlager. Setzen wir hier unten hin. Mein Goldlager. Was können wir noch kaufen? Eier. Eier. Und diese hier. Egal. Ja. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich kann nichts mehr machen. Glaube ich. Die Spiele sind immer so schnell vorbei. Na gut. Abbrechen. Verlassen. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich fülle noch schnell mein Ticket ab. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ticket. Hm. Geht doch. Ja. Ticket abgeholt. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.